Was sollen wir tun? Und wie? Bleibt uns überhaupt noch genügend Zeit? Die Politik muss sich endlich bewegen. Von der Politik kann man nichts erwarten. Der Wandel wird von unten kommen, von Leuten wie uns. Durch Meditieren im stillen Kämmerlein wird man die multinationalen Konzerne nicht davon abhalten, alles zu zerstören. Für uns ist es zu spät. Wichtig ist jetzt, die jungen Leute zu bilden. Denn sie sind es, die die Welt verändern werden. Die Öko-Wohlstandsbürger mit ihrem Bio- und ihren Sonntagsreden sind zu nichts Nutze. Außer dazu, sich die Taschen voll zu stopfen und das System zu unterstützen. Die radikalen Ökos sollen ruhig weiter in ihrer Ecke rumschimpfen und sich als die einzigen weit und breit aufspielen, die Recht haben. Wer will schon bei denen mitmachen? Die Technologie wird uns schon retten. Die Technologie macht uns zu Sklaven. Man kann sich hier anstrengen, wie man will. Die größte Verschmutzung findet ohnehin in China statt. Die Leute im Westen haben lange von der Entwicklung profitiert. Und jetzt wollen sie, dass wir darauf verzichten. Und jetzt? Ja, hallo und herzlich willkommen bei unserer Podcast-Folge. Und jetzt? Et maintenant? Ja, und das sagen wir heute mit einem lachenden und auch mit einem weinenden Auge. Heute ist es tatsächlich die letzte Podcast-Folge von diesem Podcast. Wir haben tolle Gespräche geführt mit inspirierenden Persönlichkeiten und haben so die Klimadebatte aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten dürfen. Natürlich mit Hinblick auf das Buch »Kleines Handbuch zur Rettung der Erde« von Cyril Dion, dessen Besprechung wir vorgenommen haben. Daher haben wir die heutige Folge auch mit einem Dialog aus seinem Buch begonnen. Ja, Virginia, wie ist denn dir so ergangen bei der Aufnahme von unserem Großprojekt? Ja, man kann wirklich sagen, dass es zu einem ganz schönen Großprojekt geworden ist. Und es war auch gar nicht immer leicht, diese ganze Arbeit, die ganze Orga, eben alles, was zu so einem Projekt dazugehört, immer neben dem Studium zu schaffen. Aber am Ende ist es jetzt eigentlich so voll unser Herzensprojekt geworden. Und wir haben, glaube ich, auch einfach so viel zurückbekommen durch das Projekt, dass es sich auf jeden Fall gelohnt hat. Ja, auf jeden Fall. Das war sehr passionierend. Und diese Folge, dieses Kapitel heute und jetzt ist ja das letzte Kapitel von Jans Buch. Und da schien es uns passend, den Autor persönlich noch einmal zu Wort kommen zu lassen. Wir haben ihm dementsprechend noch einmal drei Fragen zukommen lassen, die er uns in Form von Sprachnachrichten beantwortet hat. Es verhält sich auch ähnlich wie in Folge 1. Da Dion ja selbst Franzose ist, hat Susanne Kuhn, eine andere Juniorbotschafterin aus Greifswald, uns die Übersetzung eingesprochen. Dafür nochmal vielen Dank. Ja, und dann wollen wir euch mal nicht weiter auf die Folter spannen. Die Bewegung der Fridays for Future, wovon wir auch einige Vertreter in unserer vorangegangenen Folge zu Gast hatten, hat er gezeigt, dass viele jungen Menschen offen dafür sind, das Leben für die kommenden Generationen nachhaltiger zu verändern. Nun wollten wir auch Dion fragen, ob er daran glaubt, dass diese Bewegung unsere Gesellschaft und Politik in Richtung eines nachhaltigeren und lebenswerten Europas verändern kann. Bedeutet die Bewegung für ihn eine der Geschichten bzw. Narrativen, die erzählt werden sollten, um dem, ja man kann sagen, Ziel ein Stückchen näher zu kommen? Ich denke, dass der Bewegung Friday for Future wirklich das Kohlkotier und mit Greta Thunberg und Louis-Anne Heubauer, in Deutschland, in Deutschland, dass das Kohlkotier eine Konversation sehr forte, um die Frage zu haben, um die Klimaschutz und die Klimaschutz zu verändern. Und dass das Kohlkotier ist, um die Klimaschutz, um die Klimaschutz, um die Klimaschutz zu verändern, in 2018 und 2019, um die Klimaschutz zu veründen. in Europa, wir haben viele Fälle, in Kalifornien, in Sibirien, in Afrika, die haben enorm markiert, in Australien, wo ich glaube, dass es mehr ein Milliard d'Animaten haben, die in den Fällen, die in 2019 waren, und das alles, das hat, dass ein ein paar Menschen, die sie in den Jahren, die sie in den Jahren, von den ONG, von den Wissenschaften, auf die Dinge, die sie realisieren, die sie in der Welt, die sie in der Welt, und die in der pathen, die sie in den Menschen, die ihre Erfahrung, die es im Verhalten. Das ist triste, aber die meisten, die wir auf den Weg, auf den Weg, die wir nicht mehr machen. Das ist vielleicht das, die sich in der Welt zu produzieren. Die climatische Winde sind in der sich, die wir auf den Weg, und wir wissen, dass alles, was ich. Ich erkläre es viel in der Bibliothek, dass für mich das Mouveau ist sehr wichtig. Es gibt es aber nicht so gut, wenn man sich nicht an den neuen Rösschen, an den neuen Rösschen, an den neuen Rösschen und an den Straten. Wir haben viele Mouveau-Wall-Street gesehen. Wir haben die Occupy Wall Street in den USA gesehen. Wir haben die Indignés in Spanien gesehen. Wir haben die Gilets-Jaune in France gesehen. Die Gilets-Jaune haben enormen Energie, die haben angefangen zu secouen ein bisschen die Gesellschaft. Aber wie sie nicht organisiert waren und wie sie nicht hatten, wie sie nicht gesehen haben, wo sie wollen, auf dem Moment, diese Energie s'est essaufliert. Der Mouveau ist ein bisschen délittet. Und das ist wirklich das ich mit dem Mouveau des Jeunes für den Klimas. Das ist, für den Moment, das Mouveau hat nicht gefunden, in der Vision von dem Leben und in der Organisation, die ermöglichen werden, dass ein Mouveau-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Und das Mouveau hat nungeleistet, wo wir aber nicht achieved, dass die Mouveau-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Looking at die Glateien bei uns das Leben zu können, das weibringen hat, wenn sie etwa ein Jahr auf den EU sagt, das ist einen Jahr auf das Fähig, das sollte man nicht, also aussieht. Ein Mouveau-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall-Wall. Il y a eu Des choses qui ont été crantées Et moi il me semble que Pour que les choses Une transformation profonde Dans la société, c'est un mélange De trois choses, qui doivent d'une certaine Manière se compléter Et se produire Dans un même élan C'est à la fois Des gens qui proposent Un imaginaire différent du futur Un nouveau récit, c'est un peu le I have a dream de Martin Luther King Il projette quelque chose, il dit j'imagine un monde Où les noirs et les blancs auront les mêmes droits Ok, génial C'est la vision, c'est là où on veut aller Ensuite Des luttes, donc là aussi Dans le mouvement des droits civiques, il y a eu Des luttes à la fois non violentes Avec des grandes marches Des grandes manifestations A la fois des mouvements violents Malcom X ou les Black Panthers Où il y avait des attentats, où il y avait des affrontements Mais en tout cas, créer un rapport de force politique Et puis des circonstances historiques Là en l'occurrence Pour les droits civiques On avait la guerre du Vietnam Qui était une circonstance historique forte En même temps Si on réfléchit au Par exemple au droit de vote pour les femmes En Angleterre Il y avait trois circonstances Il y avait à la fois Des personnes qui pensaient Le mouvement féministe A la fois les suffragettes qui engageaient le rapport de force Et la circonstance historique De la première guerre mondiale Qui a montré que les femmes Pouvaient totalement prendre les rênes de la société Qu'elles n'étaient absolument pas inférieures aux hommes Et qui a changé aussi la démographie du pays Et donc qui a d'une certaine manière Contraint les responsables politiques anglais A donner le droit de vote aux femmes Là c'est la même chose On a besoin de ce nouveau récit On a besoin de ce rapport de force Que le mouvement Friday for Future Et puis Youth for Climate Et beaucoup d'autres ont commencé à engager Et on a besoin de ces circonstances historiques Et c'est ce que le changement climatique Est en train de faire arriver Pour l'instant peut-être pas suffisamment fort La catastrophe est peut-être encore Trop petite pour que ça fasse réagir Suffisamment Mais malheureusement ça va venir Il faudrait qu'on trouve des solutions Avant que ça soit trop grand Une Bewegung benötigte, wie schon so häufig angemerkt Eine neue Narrative Oder eine neue Geschichte Aber wie Dion nun betont hat In seiner letzten Nachricht Natürlich auch eine Zukunftsvision Eine Strategie Wir müssen also wissen, wo die Reise hingeht Und eine Bewegung kann sich natürlich auch nur halten Wenn auch immer mal wieder kleine Siege eingefahren werden Ein politischer Machtkampf Und historische Umstände spielen natürlich auch eine Rolle Und diese Aspekte sind dann natürlich alle interessant Wenn man sich die Frage stellt Wann beginnt die Revolution? Ja, dieser Begriff Revolution ist ja immer wieder gefallen Und in unserer nächsten Frage Wollen wir diesen Begriff Revolution Noch einmal mit uns jungen Leuten verbinden Und da haben wir Dion die Frage gestellt Was wir jungen Leute jetzt gerade nach so einer Krise Wie wir sie jetzt ja auf der ganzen Welt durchleben Aber natürlich auch noch irgendwo Durch diese eingeschränkten Möglichkeiten Durch die Krise, was wir tun können Inwieweit könnte für unsere Generation Jetzt gerade diese Covid-19-Krise Auch nicht nur negative Auswirkungen haben Sondern auch eine Art Sprungbrett darstellen Dion nennt bei seiner Antwort jetzt häufig Die Fridays-for-Future-Bewegung Aber uns ist natürlich bewusst Dass die Fridays-for-Future-Bewegung Natürlich eines der prominentesten Beispiele ist Aber natürlich nicht das einzige Beispiel Von jungen Klimaaktivisten und Aktivistinnen Was können die Jungen machen, sind viele Dinge Differentes La première des choses, je pense, ist Essayez de structurer le mouvement Si vous faites partie du mouvement Friday-for-Future Demandez-vous Où est-ce que vous avez envie d'arriver C'est quoi votre objectif final Ce serait quoi la grande victoire Que vous voulez remporter Et ensuite, essayez de construire un trajet Vers cette grande victoire En se demandant quelles pourraient être les étapes En dix étapes, par exemple Comment est-ce qu'on y parvient Et la première étape doit être une étape réaliste Quelque chose que vous êtes capable de gagner De remporter La deuxième doit aller plus loin Mais être réaliste au point où vous en serez Après avoir gagné la première victoire Puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième Ça, c'est l'organisation collective Donc ça, vous pouvez le faire Vous pouvez aussi, évidemment, faire en sorte Dans votre vie de tous les jours De vous mettre en accord avec vos principes Si vous pensez qu'aujourd'hui Il faut transformer la société Qu'il faut sortir de cette société matérialiste Et qu'il faut avoir des préoccupations Tout à fait différentes Que c'est pas l'argent qui va vous apporter le bonheur Que c'est pas forcément d'avoir toujours le dernier iPhone Ou, j'en sais rien moi, une grosse voiture Qui va faire de vous quelqu'un d'important dans la société Et bien, commencez à le mettre en oeuvre Arrêtez de manger de la viande Toutes les cinq minutes Allez plutôt acheter vos fringues Dans les choses de seconde main Où il y a des trucs encore hyper beaux Ou achetez des fringues plutôt bio et équitables Ou des baskets, pareil Fabriquées de façon écologique Et achetez-en moins C'est-à-dire achetez des trucs beaux Qui parfois coûtent peut-être Un petit peu plus cher Mais moins souvent Construisez-vous une personnalité, un style Je sais que l'adolescence c'est aussi un moment Où on a beaucoup envie de ressembler aux autres Mais d'une certaine manière Ceux qui sortent du lot Ceux que vous admirez C'est ceux qui sont différents C'est ceux qui sont les plus Qui ont quelque chose de particulier Quelque chose que les autres n'ont pas Donc n'ayez pas peur de la différence Et puis réfléchissez A ce que vous avez envie de faire dans la vie L'endroit où vous allez pouvoir exprimer vos talents Où vous allez pouvoir Exprimer votre passion Si vous réfléchissez Encore une fois A tous les gens Qui ont fait une différence dans votre vie Tous les gens que vous admirez Que ce soit des sportifs Des politiques Des médecins Des écrivains Des artistes C'est que des gens Qui font des choses Qui les passionnent Quelque chose Qui leur donne envie De se lever chaque matin Et cette société Justement matérialiste Essaye de nous enfermer Dans quelque chose Où il faut aller travailler Pour gagner de l'argent Pour faire tourner la machine économique En nous racontant Que de toute façon On n'a pas le choix Qu'il n'y a pas assez de boulot Pour tout le monde Donc il faut prendre ce qu'on nous donne Moi je crois Que le commencement de la révolution Il se passe là En refusant ça En refusant de jouer le jeu De cette société productiviste Et en se disant Non Moi je suis sur cette planète Pour trouver un sens à ma vie Pour faire quelque chose que j'aime Et pour faire une différence Pour les autres Et imaginez Si aujourd'hui Tous les gens Qui n'ont pas le temps En gros De s'occuper des problèmes du monde Parce qu'ils sont occupés A travailler Et à faire un métier Simplement pour avoir Un salaire à la fin du mois On libérait Toute cette créativité On libérait Toute cette énergie Toute cette matière grise Pour que les gens se mettent A faire ce qu'ils aiment Et à résoudre Les problèmes du monde D'une certaine manière En choisissant votre métier Aujourd'hui Vous pouvez décider de faire ça On va avoir besoin De nouveaux ingénieurs On va avoir besoin De nouveaux enseignants On va avoir besoin De nouveaux agriculteurs On va avoir besoin De nouveaux artistes On va avoir besoin De nouveaux politiciens Trouvez ce qui vous plaît On va avoir besoin De nouveaux scientifiques Et faites-le Et faites vraiment Ce pour quoi vous avez du talent Parce que c'est là Que vous serez puissant Pour changer le monde Konsum spielt eine große Rolle Der individuell gestaltet Und auch in die Hand Genomen werden kann Dion ruft ihr auf Nez pas peur de la différence Habt keine Angst Anders zu sein Und sich gegen die üblichen Narrativen Ein Wort Was in dem Podcast Häufige Erwähnung fand Zu stellen Die Revolution beginnt Indem man seinem Leben Sinn gibt Ein Unterschied macht Für sich und die anderen Dion gibt Hoffnung In dem Sinne Dass jeder seine Nische Beziehungsweise sein Talent Finden kann Denn nur so findet man Die Motivation Die Welt zu verändern Und die Kraft Auch andere dafür zu begeistern Für unsere letzte Folge Schlägt Dion hier Ungewöhn optimistische Töne an Die Lust geben anzupacken Wo er sonst auch eher An die Politik und Wirtschaft appelliert Wird an dieser Stelle Jeder Einzelne angesprochen Mit einer Überzeugungskraft Die seinem Öko-Dokumentarfilm Demain Der viele kleine Nachhaltige Initiativen zeigte Gerade so zu einem Hit machte Ja unser Podcast heißt ja Wie jetzt schon so Hundert Male gesagt Wann beginnt die Revolution Diese Frage haben wir Natürlich den unterschiedlichsten Gästen gestellt Wie ihr jetzt ja wahrscheinlich Gehört habt bei unserem Podcast Und die beste Antwort dazu Kam wie wir finden Von Herr Professor Eickhut Aus Hamburg Denn der sagte einfach Wann beginnt die Revolution Jetzt Ja Revolution hat ja gerade Im französischen Kontext Also vor allem im historischen Kontext Eine tiefe Prägung Und Dion ist ja auch selber Franzose Und deswegen interessiert uns Natürlich jetzt am Schluss auch noch Warum er sich denn genau Für diesen ja doch historisch so geprägten Begriff Der Revolution Oder der Revolution bediente Und wir haben jetzt Dion die Frage gestellt Wann es seiner Meinung nach Denn zur Revolution kommt Und wer die denn anstiften wird Und außerdem hat uns noch interessiert Was denn für eine solche Revolution wichtig wäre Beziehungsweise wo auch die ersten Schritte Auf deutsch-französischer Beziehungsweise auch europäischer Ebene Anfangen müssten Und man kann sich sagen Und in Allemagne Oder in Angleterre Oder in Espagne Ils n'ont pas suivi Le même trajet Ils n'ont pas coupé La tête de leur roi Und pourtant La société a évolué D'une façon Relativement similaire Donc moi Ce qui m'intéresse C'est plutôt Quand est-ce qu'on va arriver A faire émerger Ce récit nouveau Et pour moi Ce récit nouveau Va émerger A partir du moment Où chacun d'entre nous Va décider De le construire De raconter Une nouvelle histoire Et c'est ça moi Que j'attends Ce qui est important C'est ce que j'ai répété Plusieurs fois Pour moi C'est de s'organiser Il faut qu'on s'organise Il faut qu'on devienne Un mouvement très puissant Et il faut aussi Que d'une certaine manière On libère notre créativité On libère notre imagination On a besoin d'artistes On a besoin de romanciers On a besoin de cinéastes On a besoin de gens Qui inventent le monde de demain Qui nous montrent Comment ça pourrait être C'est comme ça Qu'il va y avoir Plein de gens Qui auront envie De le construire Parce qu'ils sauront A quoi ça ressemble Et sur le plan franco-allemand C'est très important Pour moi Que les mouvements Qui existent Et les jeunes Ont commencé à le faire Je sais que Youth for Climate Ou Friday for Future Il y a vraiment des liens Qui se sont créés Entre la France La Belgique La Suisse L'Allemagne Il faut continuer à faire ça Il faudrait que les adultes Le fassent aussi Et que les mouvements Qui veulent transformer la société Qui veulent aller vers Une société plus écologiste Se contentent pas de le faire Dans le petit périmètre De leur pays Mais qu'on commence à le faire A l'échelle européenne Parce que c'est à cette échelle-là Que ça a du sens Donc ça veut dire Que ça vaudrait le coup Qu'on se rencontre Et qu'on discute Et qu'on élabore Des stratégies communes Des récits communs Et ça, ça passe par se voir Par passer du temps ensemble C'est ce qui s'est passé Après la Deuxième Guerre mondiale Il y a eu une initiative Qui s'appelait Le réarmement moral Qui a eu lieu Avec des réunions En Suisse Notamment dans un château À Caux Au-dessus du lac de Montreux Où des Français Et des Allemands Se sont retrouvés Pour élaborer ensemble La suite Pour savoir comment Comment ils pouvaient Organiser La paix Entre ces deux nations Qui s'étaient tellement déchirée Là je pense Que c'est la même chose Et qu'on a besoin De temps et d'espace Ensemble Encore plus Pour parler d'autres choses Que de croissance économique Pour parler Deuxième Guerre mondiale französischen Jugendwerk Projekte für einen besseren Planeten Ich habe nicht die leisteste Ahnung Wie genau? Auch das kann ich nicht sagen Wird der ökologische Kollaps Da nicht bereits stattgefunden haben? Möglicherweise Doch welchen Plan sollten wir ansonsten verfolgen? Jeder Tag Ist ein kleiner Kampf Den es zu fühlen gilt Aber auch die Chance Eine neue Wirklichkeit Zu gestalten Fangen wir noch heute Damit an Ja, das war unsere Podcast-Folge Und jetzt Et maintenant Zu dem letzten Kapitel Wann beginnt die Revolution? C'est quand la revolution? Zu dem Buch von Cyril Lyon Kleine Anleitung zur Rettung der Erde Vielen Dank für euer Einschalten Folgt gerne dem DFJW Oder auch dem En Citi Francais Auf den Social Media Vielen Dank für eure Unterstützung Und bis dann A plus